für den 19 singfenster wochenstarter werde ich gleich hier über meinen eigenen schatten springen oder ich erzähle euch eigentlich was ich da gemacht habe das ist nämlich irgendwie auch so hart an der kante ich habe nämlich was getan was in ostwestfalen mal so gar nicht macht ich habe einen verkäufer vor ort gelobt und wir in den letzten wochen mitbekommen habt habe ich ein bisschen berichtet wie sind denn so die online erfahrungen versus wie sind denn die offline erfahrungen und eigentlich habe ich ein bisschen von meiner privaten reise erzählt wenn man sich für neues produkt interessiert man geht erst mal offline los informiert sich damit erfahrungen und denken das erste einkaufserlebnis oder die erste beratung da muss ich noch ein paar vergleiche haben also vergleicht man auch offline wer gibt mir denn den besten service vor ort guckt dann nach dem preis online wer gibt mir denn dort das beste habe dann was ganz verrücktes gemacht nachdem ich diese ganze die ganzen ihr wege abgeschlossen habe bin ich wieder bei dem gelandet bei dem ich eigentlich zuerst war und da habe ich eine filiale angerufen und habe die gelobt für ihre super leistung weil das wirklich cool war was sie gemacht haben authentisch und gut und die waren total überrascht weil das auch ein ostersphälisches unternehmen ist und die konnten da gar nicht mit umgeht finde ich immer lustig es sollte mehr gelobt werden schöne weitere woche wünsche ich euch bis dahin